Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geflogen wird die Maschine von den beiden Piloten Rainer Steinberger und Franz Fraundienst Beide mit über 2000 Flugstunden auf den verschiedensten Flugzeugen Beides natürlich auch Berufspiloten Berufspiloten und jetzt gibt der Gas ganz toller Sound Der Breitmotor mit 1450 PS Die P28 Trojan ist ein Trainingsflugzeug von der Firma Nike American Aviation Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020